interesse an meine karten am ende des videos wirst du informiert haue die ehre grüße und herzlich willkommen mein lieber löwe zu deiner september energie du siehst wir haben jetzt hier wieder vier häuserkarten liegen und wir werden auch jeweils zwei karten auf die häuser legen um mehr einblick zu bekommen denn die letzte monats energie war mir ein bisschen zu seicht im nachhinein war mir einfach zu wenig aussagekraft drin machen wir das anders so du kommst in den monat mit einem ausschluss etwas was du weniger möchte ist was du vernachlässigt etwas was du vielleicht auch nicht mehr willst und hier kommt ein aktuelles geschenk sage ich jetzt einfach mal weil daneben aktuell liegt eine überraschung in dein leben so kommst du in den september kann auch am anfang september kommen der jetzt dein leben irgendwie bereichert oder verändert oder sonst irgendwas wir werden es sehen und hier haben wir weniger dadurch wird auch etwas weniger und auch das werden wir uns anschauen was das da ist lassen wir da drin und nehmen die dazu so da ich jetzt weiß wo die ist weil ich das noch mal mischen hier in der zweiten reihe beginnt ein neuer zyklus ein neuanfang wo du wohl nicht so nicht so nicht so genau weiß ob das auch hinhaut weil daneben liegt der pessimismus schlechte gefühle das heißt überhaupt nichts das ist reiner pessimismus vom kopf her wir werden erst sehen wie sich der zyklus hier angeht warum das pessimist ist bist denn daneben liegt dann schon die entwicklung der fortschritt man sieht praktisch es tut sich was mal gucken was sich dann da tut und zum schluss haben wir auch noch beziehung und partnerschaft kann es also auch um partnerschaft gehen in liebe in arbeit im hobby privat leben je nachdem also beziehung ist auch zu deinem besten freund ist ja auch eine beziehung also auch das kann sein das wollen wir uns jetzt noch nicht festlegen um was es hier geht das werden wir sehen und von außen kommt auf dich zu irgendeine schuld vielleicht kommt ein brief du musst noch was bezahlen oder du hast das noch nicht gemacht oder keine ahnung dann haben wir hier den sohn und den bruder die schwester den freunden bekannten den vater also bei so einer allgemeinlebung ist es einfach eine person die hier liegt mit der man oder die eine planung kommt von außen auch auf dich zu wo du da die zweifel hast denn daneben liegen zweifel mal schauen ob sich das alles so bewahrheitet wir werden sehen das liegt im haus so als übergeordnetes energie so jetzt schauen wir uns das mal an wir gucken also du schließt etwas aus du vernachlässigt erst etwas am anfang des monats und zwar die erwartungen an deiner mutter die erwartungen an irgendeine person an deinem vater an den bruder an der schwester an irgendjemand freundin das kann jeder mensch sein du schließt das aus du stellst keine erwartungen mehr an irgendeine person also da sagst nee die hat es schon genug getan da mache ich jetzt keine erwartungen mehr oder die hat mir schon so oft enttäuscht mache ich keine erwartungen mehr oder 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 also wie immer es ist aber es kommt hier eine überraschung eine überraschung die erst mal nervt weil du die nicht kennst weil die neu für dich ist also eine überraschung die eigentlich irgendwas ändert was neues in dein leben bringt und darum nervt sich ein bisschen du weißt nicht recht dadurch es sagen denn aktuell jetzt hast du eine entscheidung getroffen mit vielleicht mit einer person zusammen dass du eine entscheidung getroffen hast mit einer person zusammenarbeiten zusammen sport zu machen aber sich auszugehen oder sonst irgendwas zu tun und jetzt kommt eine überraschung du bist auf einmal besuch oder jeweils wird hier ein plan über den haufen geworfen vielleicht hat das auch mit der mit dem ausschluss der erwartung von der mutter zu tun dass du dich auf irgendjemand nicht mehr verlässt keine erwartungen mehr machst und als überraschung kommt hier was neues in dein leben mit dem du auch nicht gerechnet hast und jetzt sind ja entscheidungen die vielleicht nicht mehr so getroffen werden können wie du wie du gemeint hast wie du eigentlich ausgemacht hast und aber dadurch wird auch weniger streit und kampf und emotionen also es ist eigentlich sehr was positives auch wenn es dich erst nervt weil es deine pläne über den haufen wirft deine entscheidungen repitieren lässt aber es ist sehr positiv denn du musst nicht mehr streit und kämpfen und du hast auch nicht mehr so negative emotionen dadurch also hier kommt was schönes aktuell 7 september in dein leben was dir das leben eigentlich erleichtert denn hier beginnt ein neuer zyklus der geld und arbeit bringt das ist doch auch schön also hier kommt geld und arbeit also könnte das jetzt hier die mutter hier oben auch eine angestellte sein ein arbeitskollege sein jemanden der da helfen wollte oder 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 und sagt nee da verlasse ich mir jetzt nicht mehr drauf ich mache das jetzt selber mache das anders und der neue zyklus sagt ja deine arbeit dein tun hat materiellen erfolg also hier kommt ein zyklus des materiellen erfolges zu dir das glaubst du noch nicht so recht da ist pessimismus und schlechte gefühle drin aber hier heißt es vertraut dir es wird gut es wird schön es wird leicht also du hast zwar hier auch arbeit aber du hast auch genug freizeit auch wenn du es nicht glaubst hier kommt fortschritte in dein leben die dir freude bringen auch wenn du daran zweifelst also hier der zweifel ist momentan ganz groß bei dir aber es passiert alles gut es bringt fortschritte auch wenn du nicht daran glaubst es wird gut du siehst hier den pessimismus es wird gut hier die fortschritte und hier ist dann wieder der zweifel drin der sagt nee es ist alles gut in der beziehung vielleicht auch in der arbeit in der beziehung hast du deinen partner drin und auch die manifestation drin also eigentlich passiert im september genau das was du möchtest auch wenn du es nicht glaubst muss ich jetzt ganz ehrlich so sagen weil du hast pessimismus und zweifel drin das heißt immer ich glaube es nicht wenn dann doch noch was kommt oder 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 kann auch daher kommen weil es am anfang des monats her irgendwas hier umschmeißt und dann aber trotzdem gut wird obwohl was neues kommt obwohl was umschmeißen wirst vielleicht ist dann das der pessimismus wenn das nicht klappt dann klappt das auch nicht und keine ahnung aber es wird schön und die beziehung zu deinem partner wird auch manifest her du manifestierst das was da kommen soll du glaubst daran also hier kommt auch in der partner beziehung etwas sehr schönes wenn ihr streit hattet in letzter zeit wird auch das weniger und aktuell kommen ganz viele positive entscheidungen in dein leben die auch wenn du es anzweifelst sehr viel freude mit sich bringt fremde bringen auch eine sehr positive überraschung und neuer zyklus mit arbeit und geld beginnt verantwortlich fühlen oder schuld liegt hier das sind glaubenssätze die der stress machen also du siehst das selber du brauchst keine schuld haben das sind schuld themen die von außen auf dich zukommen es gibt so sprichwörter das geld nicht liegt nicht auf der straße man muss fest arbeiten für sein geld und 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 das nervt mich so dermaßen dass das so spiegelt aber ich kann sich ändern ähm äh das sind glaubenssätze die machen dir schuldgefühle weil du siehst ja du hast hier freizeit mehr freizeit als du glaubst du brauchst da bloß darauf vertrauen weil hier kommt freude und freizeit trotzdem mit rein obwohl du relativ gut geld verdienst und dann heißt sag ich kann doch jetzt nicht schon wieder urlaub machen ich war doch erst im urlaub oder 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 das sind glaubenssätze wo du dann schuldgefühle kriegst die sind völlig umsonst oder die kommen von außen auf dich zu ähm dass dir jemand sagt äh du kannst ja nicht schon wieder in urlaub gehen äh das geht vom geschäft her doch gar nicht und 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 keine ahnung ähm du hast ja jetzt diese person hier im 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 geschäft sag mal du bist selbstständig im geschäft ähm entlassen ausgeschlossen vernachlässigt muss das jetzt selber machen jetzt gibt es schon wieder in urlaub das geht doch nicht kann aber von außen auf dich zukommen ist aber nicht so hier haben wir sohn bruder schwester freund oder sonst irgendwas also hier liegt wirklich familie drin die hier eine lösung bringt dass du hier wirklich freizeit und alles mögliche haben kannst also diese schuldgefühle sind völlig umsonst hier kommt die lösung von außen ganz von alleine und hier ist deine planung deine neue ordnung und du siehst auch die planung der vergangenheit dadurch kommen auch die zweifel es kommt jetzt freude in dein leben viel freizeit du musst du nur vertrauen lösungen kommen von der familie ähm und die planung der vergangenheit kommt jetzt auf dich zu eigentlich wollte ich ja um diese zeit jetzt das und das machen oder als nächstes das und das machen ähm die äh siehst du was hat hingehaut was hat nicht hingehaut äh aber du siehst die fortschritte du siehst aktuell dass nicht alle entscheidungen greifen dass man aber auch nicht alle entscheidungen umsetzen muss dass man sich umentscheiden kann weil man eben neue infos hat und so weiter also dass die planungen der vergangenheit nicht immer so kommen wie man möchte aber es trotzdem anschluss zur freude bringt auch wenn du es bezweifelst zum schluss heißt es wieder skeptisch und das ist der 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 zweifel den wir hier schon haben in deine fortschritte da haben wir die gefahr und deine seele und das lieber löwe kommt einfach daher weil du ein kopfmensch bist weil du weil dein ego dir erzählt überall ist gefahr äh gefahr in der beziehung ähm hier kommt was neues wir kennen es nicht ja das ist vielleicht jetzt momentan ganz schön aber man weiß ja nicht ob es bleibt das ist die gefahr die der ego dir sagt deine seele sieht alle lösungen brauchst keinen stress haben siehst du die weiß alles also dein inneres dein inneres sagt dir alles was du wissen musst und wissen möchtest jetzt schauen wir uns das nochmal an also rundherum heißt schöner schöner september auch wenn du nicht dran glaubst auch wenn du daran zweifelst finanziell kommen erlösungen von außen auf dich zu vielleicht auch ein paar zahlungen das ist möglich aber die wuppst du leicht da kriegst du das kriegst du alles hin äh ja da kann sein dass du einen seelenpartner hast also einen partner schon länger zeit hast und hier sich immer wieder mal äh beziehungsstress angebahnt hat und und man sich nicht mehr ganz so einig war und dann auch bevor eine gefahr sieht aber auch die beziehung äh profitiert von dem positiven was sich hier entwickelt im september auch da sehe ich die gefahr nicht mehr die liegt mehr in der vergangenheit ähm was haben wir hier noch liegen ja arbeit mit der familie kann sein dass du mit der familie oder durch ja in der familie arbeitest home office kann auch familie sein also das alles mögliche liegt hier drin aber auch selbstständigkeit äh die dir freude bringen und auch wenn du immer wieder der zweifel auch wenn du daran zweifelst wir haben hier die die erwartungen die du nicht mehr an die mutter vielleicht auch von der familie äh wo du keine erwartungen mehr hast und äh wo nervige sachen von außen kommen weil die erwartungen einfach nicht mehr da sind ja du hast da angst das ist es ist ein quatsch das ist positive überraschung ähm vielleicht angst eine falsche entscheidung zu treffen mal schauen was da noch kommt äh aktuell nein bewusstsein okay ähm das ist wie der ego das ist hier liegt das gleiche wie hier unten die gefahr dafür hast du deine seele dein innerstes was dir recht gibt oder äh dagegen spricht gegen deine ego entscheidungen die sagt ja schon was richtig ist und die ähm deine erwartungen runterzuschlauben an andere personen mach dir angst aus welchen gründen auch immer weil von außen immer wieder was nerviges kommt aber das ist ähm eigentlich zweitrangig im september denn du wirst nämlich merken dass das neue was hier kommt und aktuell entschieden worden ist bewusst entschieden worden ist auch wirklich bestand hat und erfolgreich wird auch wenn du es nicht glaubst äh und hier haben wir wieder Minderung der Sorgen wenn wir ja auf Minderung liegen also das was du aktuell im Plan hast was du aktuell entscheidest äh sollte trotz aller Pessimismus positiv werden und wir haben ja eh gesehen dass sich der September positiv entwickelt aber der Geld äh Vertrauen und äh Freizeit da liegt jetzt die Tochter drauf hier haben wir schon Sohn hier haben wir die Mutter also viele Menschen liegen um dich rum Partner haben auch schon rumliegen ähm ähm das heißt du hast trotz aller Arbeit äh Zeit für andere du hast Zeit äh zu relaxen kann aber auch sein dass du mit der Familie irgendwie zusammen arbeitest dass du hier Unterstützung kriegst denn du kriegst auch Lösungen der Familie und so weiter äh das Geld dürfte auch fließen also da dürftest du keine Probleme haben äh obwohl du es nicht glaubst aber es kommt ein Zyklus der irgendwie die Familie oder Freunde irgendwie mit einbezieht ähm Vertrauen Freizeit Zweifel und Freude ja Meldungen das sind einfach es du siehst es gut aber von außen wird da was anders erzählt Meldungen erzählen was anders äh sie können jetzt kein Geschäft öffnen es wird alles immer schlimmer und 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 äh so und so viel haben wir dazu gemacht und keine Ahnung 5000 sind nicht lassen worden und ich weiß nicht was mir alles erzählt wird in den Meldungen und du hast siehst es zwar dass es gut ist bei dir aber durch diese Meldungen fängst du immer wieder an zu zweifeln und da haben wir wieder Kopf da ist die einfache Gefahr der Skepsis ist immer der Kopf der der Skepsis macht schau was du fühlst schau was ist bei dir Freude Zweifel Zweifel der Beziehung ist irgendwas Offizielles ja keine Ahnung vielleicht möchte man heiraten vielleicht möchte man zusammenziehen ähm vielleicht kriegt man ein Kind oder sonst irgendwas hier möchte man etwas in der Beziehung was man sich auch gewünscht hat das passiert auch und trotzdem äh man zweifelt im September an allem du zweifelst eigentlich an allem obwohl es in deinem Leben nicht schlecht ausschaut aber von außen weil offizielle Sachen kommen auch von außen erzählen auch immer wieder was anders aber deine Familie steht hinter dir auch der Partner steht hinter dir und äh bringen immer wieder Lösungen schau auf dein Leben und nicht auf das Leben von Meldungen die liegen ja ganz ganz in der Mitte äh komm raus aus dem Kopf schau in dein Leben äh die Schuldgefühle äh die durch Glaubenssätze verursacht werden ja die kommen und gehen ähm jetzt zum Beispiel zum Beispiel auch online du hast einen Online Handel zum Beispiel oder äh verdienst auch online dein Geld wie auch immer ach das geht doch nicht und auf Dauer wird doch das nix und bla 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 was halt Familie so erzählt auf der anderen Seite bringt die Familie auch immer wieder die Lösung weil man hier einen Austausch hat also hier muss man nicht äh negativ sein die Familie weiß immer eine Lösung irgendjemand in der Familie hat eine Lösung man muss sich bloß mal unterhalten äh äh Familie Planung sichtbar im Leben ist die Vergangenheit da gibt es Aufregung aber wie es hier ausschaut sehr positive Aufregung weil es ja Lösungen sind und hier Gefahr äh von ja Gefahr die eigentlich die Seele entgegen wirkt und die liegt bei dir Körper drauf das heißt du solltest äh um aus dem Kopf zu kommen körperlich äh körperliche äh Betätigung machen ähm äh 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 dir steckt die Angst im Körper und wenn du dich körperlich auspowerst laufen gehst ähm äh irgendein Training machst äh irgendeinen Sport machst äh powerst du die Angst mit aus also du du bist im September nicht wirklich ausgeglichen obwohl alles läuft weil du zu sehr im Kopf bist und das hatte ich beim Skorpion auch also der Skorpion ist auch sehr sehr im Kopf ich hatte aber auch schon sehr 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 gute Legungen also würde ich mal gucken in deiner Stelle was ist denn dein äh äh dein Aszendent zum Beispiel und da nochmal schauen aber ich hatte wirklich schon sehr sehr gute Legungen ähm ähm es muss so nicht bleiben und bei dir ist es wirklich so du siehst es selber das bringt ein neuer Zyklus mit Arbeit und Geld also und aber auch genug Freizeit du musst nur vertrauen du glaubst nichts und trotzdem ist gut du glaubst nicht dem was du erlebst du glaubst dem was andere erzählen was die Meldungen sind die erzählen immer keine Ahnung du hast jetzt irgendein Online Ding und jetzt kommt die KI jetzt bist du arbeitslos oder oder keine Ahnung was ähm das wird alles ganz wirklich schlimm nein ähm ähm du siehst jetzt schon dass die Planung die du in der Vergangenheit hattest aufgeht in gewisser Art und Weise äh vielleicht nicht ganz so wie du geplant hast aber sie geht auf das ist auf äh aufregend die Familie hat auch hier eine Lösung und Familie muss es nicht Bruder Schwester nur sein das können auch Freunde sein oder so die hier immer wieder auch Lösungen bringen ähm die die kommen von außen auf dich zu man muss nur reden lass dir hier nicht so viel äh großen Kopf machen ähm von offiziellen Sachen ähm vielleicht hast du auch eine Steuernachzahlung oder 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 ich weiß es nicht genau äh was bei dir hier so abläuft äh kann auch jetzt äh offizielle Sachen können auch Hobby und Sport sein ähm das äh nicht so klappt obwohl du siehst äh äh Fortschritt aber die anderen sagen du bist so schlecht obwohl es gar nicht wahr ist äh ja da ist auch viel Blödsinn drin ähm ähm das einzige da legen wir jetzt nochmal drauf ist der Ausschluss die Vernachlässigung der Erwartung der Mutter da hast du Angst also das weiß ich noch nicht ganz was das bedeuten soll weil du jetzt da Angst drauf legst warum hast du da Angst schauen wir mal Geldfluss und Lüge okay ähm ja vielleicht machst du dir wirklich Sorgen um deine Mutter ähm dass sie dich vielleicht anschwindelt wenn du sagst Mama hast du schon genug Geld kommst du schon zurecht und sie sagt ja ja schon Schatz schaffe ich alles und so dass du hier einfach äh glaubst äh ihr nicht glaubst weil hier geht es nämlich um 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 einen aktiven Fluss oder Mama geht es dir gut äh ja ja es geht mir gut äh äh du glaubst äh äh du glaubst äh also hier ist etwas du glaubst der Mutter oder welche Person das immer ist nicht dem was sie sagt also ein aktiver Fluss ist für dich eine Lüge also es irgendwie fließt bei der Person nicht und darum machst du dir Sorgen das ist also wirklich etwas wo jemand der da näher steht ähm wo du dir Sorgen machst aber ich muss musst du dir denn da Sorgen machen nein du musst dir keine Sorgen machen also das glaubst du bloß das sind Erwartungshaltungen äh deine Mutter ist jetzt schon so alt vorgedessen wird sie jetzt krank oder kann nicht mehr so äh weil das ist die der Platz der Vernachlässigung dass du vielleicht ein schlechtes Gefühl hast Angst hat weil du deine Mutter vernachlässigst oder 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 weil du nicht glaubst dass ihr gut geht aber ich hab gefragt musst du Angst haben nein sei froh dass es so ist wie es ist du musst auch keine Angst haben das ist alles Kopf das ist alles Kopf weil man weiß der Himmel was man dir erzählt oder was man dir da äh äh vormacht also deine Mama geht's gut wenn's die Mama ist der Papa der Bruder die Schwester wer auch immer diese Mutter hier darstellt ähm und jetzt möchte ich mal wissen äh wie wir das machen oder wie du das machen kannst dass dieser Pessimismus dieses Zweifel die hier im September vorherrschen obwohl hier ähm eigentlich alles gut liegt sogar ein neues positives Zyklus beginnt und trotzdem bist du Pessimismus warum was kann man denn da tun Schutz innerlich fühlen und erkennen und Zuversicht inneres Kind das heißt was kann man tun du kannst Zuversicht ist schon mal hier Seele in dich hinein fühlen und innerliche Schutz fühlen und erkennen das ist hier das ist die Seele das ist du bist geschützt du musst nicht Pessimismus sein hier heißt wirklich du kannst zuversichtlich sein du bist geschützt ähm das muss man nur erkennen das muss man nur erfühlen weil das sagen ja auch die ganzen Karten hier äh aller Streit, Kampf, Emotionen und Sorgen werden weniger das geht alles raus weil du aktuell eine positive bewusste Entscheidung triffst die Fortschritte bringt die einen neuen Zyklus der Arbeit und des Geldes bringt wo du auch Freizeit hast wo du Freude hast auch auch in der Beziehung obwohl du das alles bezweifelst weil immer wieder Meldungen kommen die dir nicht gefallen weil von außen ähm ähm die erzählt wird äh deine Glaubenssätze angetriggert werden nein musst du alles nicht haben ähm das wird alles gut du musst dir ja überhaupt keine Sorgen machen und der Rat ist hier mach körperlich einiges um diese um wieder zu dir zu kommen du kannst und das hast du in der Vergangenheit wahrscheinlich schon getan körperliche Aufregung erlebt äh ähm körperliche Lösung gefunden also durch Sport durch durch irgendetwas wo man sich auspowert wo man ganz auf den Körper konzentriert ist die ganzen Sorgen Ängste alles mal fallen lässt und wirklich auf den Körper ähm reduziert ist und sich da richtig verausgibt ähm lässt man nicht nur körperlich fettlos und und schwitzt ganz fürchterlich und so sondern man lässt auch Schuldgefühle los man lässt Ängste los das geht alles einfach mit raus die Sorgen werden weniger und so weiter die können zwar wiederkommen dann äh nach dem Sport fühlt man sich zwar ausgelaugt und fertig aber man fällt ins Bett oder auf die Liege oder sonst irgendwo hin und sagt boah und so richtig jetzt ist es schön ich kann jetzt richtig runterfallen weil man alles losgelassen hat wenn du dann wieder im Leben bist können diese Sorgen zwar wiederkommen aber du hast erstmal losgelassen du hast gemerkt du kannst runterfahren und dann wird das ja sowieso weniger du erkennst das das ist die große Chance dann diesen nach diesen Auspowern des Körpers wirklich zu merken und dann innerlich gehen muss ich mir dann wirklich Sorgen machen und dann wirst du merken nein du bist geschützt auch du lieber Löwe ich weiß dass die Löwen jetzt nicht so sehr spirituell sind aber trotzdem kommst du dir selbst das was du wirklich bist du bist viel näher wenn du dich körperlich auspowerst und dann wirklich runterfährst und sagst okay ich fühle jetzt in mich rein muss ich mir dann wirklich Sorgen machen und dann wirst du sehen da kommt ein großes nein weil du da hier komplett in diesen Momenten alles losgelassen hast alle Glaubenssätze sind da weg da ist alles weg du hast alles rausgespitzt rausgearbeitet und das hält nicht vor ich weiß aber wenn du das bewusst dann machst und bewusst dann reingehend wirst du sehen in diesem Moment ist alles gut weil deine Seele dir das sagt oder dein Schutzengel oder 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 deine wirklichen Gefühle deine Intuition was auch immer da rauskommt in dem Moment und dann merkst du nein du musst keine Zweifel haben und das Leben zeigt es dir ja und wenn du das merkst und das Leben zeigt es dir dann kannst du da immer mehr und mehr rauskommen also du bist geschützt innerlich fühlen und erkennen der Schutz ist da und du hast von deiner Familie wie auch immer sie geartet ist riesengroßen Zuspruch und auch Lösungen gibt es parat um dir auf jeder denklichen Art und Weise zu helfen Geld dürfte nicht das Problem sein wir haben da den aktiven Geldfluss und wir haben hier Geld liegen der aktive Geldfluss liegt zwar auf der Mutter der du nicht vertraust oder der Person um der du Angst hast weil du dir vielleicht danach lässigst oder sonst irgendwas oder du glaubst die sagt ja nicht die Wahrheit aber dir geht es gut musst du dir auch keine Sorgen machen das ist alles Kopf komm raus aus dem Kopf komm es empfüllen und alles ist gut denn dein Leben im September ist schön in diesem Sinne mein lieber Löwe habe die Ehre Grüße meine Karten sind nun endlich fertig und da ich immer wieder gefragt werde ja man kann sie auch kaufen ich habe da eine Kleinauflage machen lassen und im Kartendeck sind hier steht 115 Karten es sind aber nicht es sind 117 Karten denn ich habe drei Lehrkarten mitmachen lassen das ist die Schachtel von mir dass ihr eure eigenen Beschriftungen wenn ihr mehr Kinder habt Opa oder 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 drauf machen wollt dabei habt also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail Adresse ein und auch den Preis und möchte euch ganz kurz für die die es nicht wissen diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen dauert gar nicht lang nur dass ihr wisst was ich damit meine du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen was dich in der Zukunft erwarten könnte erwarten könnte weil du der Gestalter deines Lebens bist du kannst aber auch rausfinden warum die Zukunft sich nicht so zeigt wie du gerne möchtest du kannst lernen was du ändern musst um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen dieses Kartendeck ist entwickelt um auf leichte Art zu erkennen warum das Leben nicht wunderschön ist sie zeigt dir wohin du schauen musst was du ändern musst darfst in dir um deinen Weg zu gehen der Weg deines Lebens der erfüllend und glücklich ist denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens ein Leben in dem du lernen und lehren kannst auf diesen Weg auf dessen Weg die Sonne scheint natürlich wird es ab und zu mal regnen aber das vergeht sehr schnell wieder und alles blüht danach noch schön und üppiger ich sage das Leben ist ein Ponyhof lerne es zu leben das ist das was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das was ich mit diesen Karten ausdrücken will machen äh machen wollte mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen weil sie dir wirklich zeigen wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst ich erstelle ein Video da ist nämlich kein Buch dabei also keine Anleitung dabei sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel viel teurer geworden und darum mache ich das online ich bin gerade dabei jede einzelne Karte zu benennen jede einzelne Karte zu zeigen in einer Dreierlinie in einer Neunerlegung wie man sie kombinieren kann was daraus zu deuten ist fürs Leben aber auch für die Energien und das ist eben ganz wichtig wenn du damit arbeiten willst äh und rausfinden willst wo muss ich denn hinschauen warum klappt es mit dem Geld nicht und da kann ich dir versprechen sie können wirklich wirklich helfen und wenn ich alle Karten durch habe wird es so in zwei Wochen so sein kriegst du auch den Link da kannst du dann wirklich einzelt jede Karte anklicken und dir das anschauen und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen und die sind zu 95% meine eigenen Systeme die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde wie du damit arbeiten kannst für dich selbst oder für andere wie du es halt möchtest und ich kann nur sagen meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch du musst nicht du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag habe die Ehre und dann